Ein wunderbares Videospiel namens Signalis ist ein Indie-Horror-Game. Oh, warte, ganz wichtig. Indie-Horror-Game, ich habe es letztes Mal beschrieben als eine Mischung aus Silent Hill und... Moment, da war ein Fehler. Silent Hill und Ghost in the Shell, wenn man so will. Moment, die Camp kommt gleich wieder. Aber... Ist da war ein Fehler. Warte, ich muss es gleich wieder mal ausmachen. Ich muss noch eine Sache vorher fixen. Halt, game now. Please don't. Ja, Mann. So, Moment. Uff, yes. Und... Geht das? So, es ist immer ein bisschen weird. Es ist immer so ein bisschen dahin geschoben, wo es nicht sein soll. So, einmal das. Kann das wieder... Das ist auch immer woanders irgendwie. Da kann man wieder hier hin. Und... Zahn... Signal ist... Ja, Mann. Ähm... Immer noch keinen klugen Stream-Titel für dieses wunderbare Videospiel. Von daher ist es einfach... Gut. Jetzt aber. Und jetzt auch direkt mit Capture, weil allein schon die ersten paar Bildschirme in dem Spiel sind einfach wunderschön aus. Und ich bin allgemein von der Ästhetik, von dem Style... Dieses WTF? Dieses Spiel ist einfach absolut... In love. In love. Ähm... Also wieder in den Lurk. Weil schlafi, weil morgen früh aufstehen. Ja, kenn ich. Fühl ich. Jackie, schön, dass du hier warst. Halt die Ohren steif. Schlaf gut. Und einen schönen Tag morgen. Hier gibt es ein Game. So Infotafeln von Nordischer Mythologie. Und da steht eben alten... U-Tag-Infos in Alt-Nordisch. Und diese Infotafeln haben wir übersetzt. Sau cool. Richtig cool, ey. Sieht mal, warum, ähm... Warum... Oder wie viel Energie und wie viel, äh... Historische... Akkuratheit. Das ist fast ein Wort, ne? Äh... Die Entwickler in... In ihre Games reinstecken. Aber gerade God of War ist halt... Da wird sehr, sehr viel Liebe in Detail gesteckt, ne? Ja, mein Lieben. Das hier ist, äh... Signalis. Load file, yes. Warum so förmlich? Du kannst ruhig Dugnalis sagen. Dankeschön. I like. Good joke. Wir hatten heute Abend schon... Schon viel, 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 viel schmerzhaftere Jokes. Also keine Sorge, ey. So, ja. Das ist so ein bisschen Top-Down. Und mit so ein bisschen meine ich. Das ist Top-Down. Ähm... Survival Horror. Ja? Und wir spielen... Wir spielen Anime Waifu Nummer... Nummer 12. Ich bin ja einfach scheiße, glaube ich, von der Cam her. Kann das sein? Ich habe für das Game noch keine coole Position gefunden. Äh... Da will ich eigentlich hin. Ich bringe mich mal ganz da oben hin vielleicht. So an die Ecke. Hier. Mal gucken. Wobei, da ist meine... Irgendwas? Nö. Ich bleibe mal da. Äh... Halt euch irgendein cooler Signales-Wortwitz einfällt. Geh mal her damit. Da brauche ich noch kluges Streamtitel. Oder einen singular klugen Streamtitel. So. Jetzt, ähm... Ist es ja so, dass wenn ich ein neues Spiel anfange, normalerweise immer die Story rekapituliere, was bis dahin passiert ist. Das ist jetzt bei Signales nicht unbedingt so einfach. Weil... Äh... Ich nur so ganz grob verstehe, was wir eigentlich bisher gemacht haben. Also wir sind... Ein... Replika, was nach meinem Verständnis her einfach ein... 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 nicht Cyborg, ein Android quasi ist. Aber vielleicht sind wir keine Androiden. Vielleicht sind wir auch wirklich quasi Cyborgs. also... Menschen mit ganz vielen Computer-Teilen oder Augmented Humans oder Klone von Menschen mit IT drin. Ich weiß es ja auch nicht. Und sind hier in einer Art Minen-Kolonie, wo ganz viele Replikas und Gestalt... Gestalt... Stural... Welche ebenfalls so eine Art... Ähm... Robo-Mensch-Cyborg-Klon-Ding ist... Äh... Nicht so gesund war irgendwie. Und äh... Ja, seitdem... Seitdem... Äh... 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 Ist hier Land unter. Und... Literally... Die... Cyborg-Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Wir sind aber auch hier, weil wir eigentlich eine Person suchen, die anscheinend hier sein soll. Naja... Und in dem Spiel ist sehr viel auf Deutsch, obwohl es eigentlich auf Englisch steht, also Englisch eingestellt ist und sehr japanisch angehaucht ist. Aber die Japaner haben ja auch einen gewissen Fable für deutsche Kultur und Sprache. Und von daher wundert euch nicht, wenn da jetzt ab und zu deutsche Worte auftauchen, wie Gefahr oder Hauptsicherung oder Vorsicht oder Hochspannung und so weiter, ne? So. Wir haben die Fuel-Sets gefunden für dieses Gerät. Used to... Ah, da kommt das Ding rein. Okay. So. Und jetzt... Äh... Okay. Das macht... Zeug. Das macht... Auch Zeug. Das macht... Okay. Und damit kann ich aber nichts machen. Äh... Also wirklich nur, welchen Schalter lege ich um, damit hier 230 Volt aufkommen und da 800 Volt. Da haben wir ja schon mal sehr viel. Und dann noch was Kleines. Das ist aber zu wenig unten. Da wird irgendwie weniger, wenn ich da drauf drücke. Das ist irgendein Mathe-Puzzle. Das ist 6 mal T 7 gleich T 8 mal T 50 mal T und immer nur S2 Jetzt ist beides 120 120 Da steht ja hier auch. Genau. Da kommt 120 da kommt 120 So. Wenn ich jetzt hier sag dann macht er das mal mal 2 Ach und das mal 6 Weil ja genau mal T und T ist dann die Zahl hier wahrscheinlich ist dann 6 6 mal 120 Genau, das passt. Und da ist aber gleich T heißt heißt da ist es dann 7 Vielleicht auch mal 7 Vielleicht ist das so falsch präglich dargestellt Mal 7 mal 8 Ja, aber mal 5 50 kann ja auch nicht sein Da ist eher so Warte, da wird aus Aber das sind so Widerstände quasi Ja gut, das sind Spulen die erhöhen irgendwas Da haben wir Widerstände die verringern das Also das heißt dann durch 50 Ne Minus 50 wahrscheinlich Das ist Minus Und das ist ein Plus wahrscheinlich oder? Genau Okay Minus Plus Mal Easy Nicht wirklich Nicht wirklich Das heißt Das heißt Wie komme ich da jetzt auf Ich müsste ja wahrscheinlich ziemlich viel abziehen damit ich hier unten wieder auf 230 komme Oh, ich hab Sorry Ich hab dir eine Nachricht eben gar nicht vorgelesen Ich hab dir das auch damit gerechnet dass die Entwickler einfach da irgendwie ruhen, reinklatschen haben frei nach dem Motto merkt eh keiner Ja und so war aber Gehypter war ich als ich rausgefunden hab das legit Da war es stets Die haben das schon Also ich hab ja in den ersten der neuen God of War ausgespielt und da scheinen die echt viel viel allgemein viel Detail Getreuigkeit das ist ein Wort reingesteckt und halt viel Moment Putsch grad komisch Ah ne, alles gut Okay Wir haben allgemein viel Liebe zum Detail und so weiter und denke ich mir auch die nordische Mythologie und so alles ja sehr krass studiert und so weiter Von daher kann ich mir das gut vorstellen So, was ist denn wenn nicht jetzt ich muss ja irgendwie Ich bin nicht auf null Das ist ja auch ein bisschen wenig Aber ich hab zumindest was Es bringt ja auch nix Und 200 ist durch 800 teilbar aber ich habe keine 4 hier Also Plus 80 plus 20 50 und 10 Ich hab nicht minus Das ist plus 20 wenn ich das mach Genau Plus 20 bringt mal nix Wobei 80 und plus 80 minus 5 Ja und bei minus Warte mal wenn ich die alle dran mach Wait Das ist ja auch Plus 80 Plus 80 Ah ne So Immer noch zu viel Das sind 60 und das sind Ja Okay Warte mal Das ist ja auch nicht durch 800 teilbar Also was ist denn mit Plus 20 Minus 50 70 Plus Das man auch kann Das ist noch Ah ja 80 Ist aber Warte mal Das ist so Aber da bei 0 Bringt ja auch nix Und dann könnte ich quasi Ne mal Das geht ja auch nicht Hmm 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 Isen Wenn ich Mach die Reihenfolge Was aus Ich jetzt sag mal Mal 7 Und dann Zum Beispiel Minus 190 Und plus 80 Ja die Reihenfolge Spielt eine Rolle Immer zu viel Darum ist ohnehin zu viel Ich muss die 5 abziehen Und so und so Äh 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 Ja Okay Did it I'm so smart Brain Ich dachte doch Vielleicht spielt die Reihenfolge Keine Rolle Weil der immer von links Nach rechts geht Aber dem scheint Nicht so zu sein Okay Das war jetzt Ein bisschen Glück Aber auch ein bisschen Rechner Ich kann ja Aus Prinzip nix Aber Mathematik Legit kann ich Mathematik Intuitiv Oft Ganz okay Und erst wenn ich Anfange drüber nachzudenken Dann scheitert mein Hirn dran Gut Jetzt haben wir den Strom Und jetzt haben wir den Strom wieder angemacht Für den Elevator Und jetzt haben wir hier diesen Ähm Diesen Fahrstuhl Der hier Wait War das nicht der hier? Ne das war der normale Fahrstuhl Wir haben so einen Im Kreisfahrstuhl Old Key haben wir da nicht Okay Aber die Karte checken Genau Da oben ist eine Tür Das war die Old Key Genau So Da sind wir auch noch nicht drin Workshop Hallway Ah da ist der Äh Pater Noster Lift Pater Noster Richtig Pater Noster Lift Geh mal ins Bett Ich Äh Das was meint Ich mach Punkt um 23 Ne 23 Da bist du ein bisschen gescheitert Ich äh Bin ungern Der Überbringer von schlechten Nachrichten Aber Ne 23 Uhr ist vorbei Aber das kenn ich sehr gut Äh Und dann hoffe ich Also ganz schnell Und Guten Schlaf findest Und äh Morgen fit bist Nochmal vielen 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 lieben Dank Für den Raids Halt die Ohren steif Weiterhin ganz viel Spaß Mit God of War Hier ist dunkel Das ist scheiße Und äh Bissi Tage Maret Jutes Ja mach genau das Man kann in dem Game Echt viel mit Stealth machen Was ich nice finde Bin ich großer Fan davon Gut Haben wir auch schon gelesen Das war Genau Da ging es um das Lichtmodul Das wir noch nicht haben Ja Also so das normale Moment to Moment Gameplay Wie man so schön sagt So das Lauf durch die Gänge Und Schnetzel Monster Und so weiter Das ist nice Das gefällt mir richtig gut Ähm Das macht Laune Die Stärke Von dem Game Liegt aber Okay In der Tat Noch mal woanders Finde ich Und ich habe es aufgeploppt Sanft Das ist ein Feind Da liegt ein Feind auf dem Boden Ja da liegt ein Feind auf dem Boden Ähm Die Stärke Des Games Liegt noch Mal woanders Oh es geht nur bis 6 Okay 6 ist das höchste Als LaGuardis Die Stärke Des Spiels Liegt in der Visuellen Darstellung So einer Cutscenes Der Sehr Abstrusen Fast schon Ja ich will nicht unbedingt David Lynch sagen Das ist so ein Was ist denn so ein Klischee Äh Den zu erwähnen Sobald es irgendwie Um abstruse Storytelling geht Und Symbolik Und sowas Aber Naja So ganz Uninspiriert Von David Lynch Ist dann doch nicht Aber es ist eher Weiß nicht Es ist eher So die Weirderen Aspekte Von So die letzten paar Folgen von Neon Genesis Evangelion So Den Stil Okay Da brauchen wir den Library Key Den haben wir noch nicht Anscheinend Das Off Da ist ein Mob Hi War ich ja schon mal Nee Ich komme gleich wieder Das zu Ich persönlich bin ja Das ist der dunkle Raum Shit Persönlich bin ja Ein sehr großer Fan Von Neon Genesis Und speziell Den letzten paar Folgen Ich glaube sehr viel Ist es relativ sauer Aufgestoßen Am ersten Mal gucken Wie die Original Wie der Original Anime Geendet ist Quasi Leng Heimat Rotfront Bayern Winneta Und Okay Kann man irgendwas tun Heimat Home Home of the Home of the new Nations Government I heard The view Of the gas Giant's ring In the sky Is beautiful There Haben noch Leng Leng S23 Sapersky Oh wir sind auf Leng Gerade anscheinend Ne Wir sind auf Leng Rotfront Das Planet Rotfront Die Ice Moon Circling the largest Gas Giant Still in the process Of Klima Forming Gizeth The Red Desert The Imperial Fleet Can only hold Hold it for so long Before it will be Liberated Vinneta The Ocean World Ravaged by war When I close my eyes I can hear the sound Of the sea And Bayern Bayern Home to The Imperial Palace Floating above The poisonous clouds Undone Oh An or Orrery Showing a Rotating View of the Current Relative Position Of the Inhabited worlds Of the solar system War 12 Als ich NGE Zum ersten Mal gesehen hab Ich hab das Ende Damals null kapiert Ich war Weiß nicht 20 Als ich ihn zum ersten Mal Gesehen hab Ich hab das Ende null kapiert Das Ende kannst du fast Nicht verstehen Beim ersten Mal gucken Das ist einfach Wöh Aber darum geht's auch Es geht gar nicht darum Dass Okay Das ist natürlich Meine Interpretation Der Sache Muss ich dazu sagen Nach meinem Verständnis Oder wie ich die Sache sehe Macht's nicht Ist nicht wichtig Ob du Verstehst Was passiert Am Ende Wichtig ist Was Was Shinji Durchmacht Und was am Ende Sein Endstandpunkt Quasi ist Hi Ist er offen Oh no Startet Das war nur minimal Verschwenderisch Hat Albträume Als Eben Als ein Engel Verschlungen Ja okay Und 12 Ist auch vielleicht Nämlich ein sehr hart Für Neon Genesis Das ist kein Okay die erste Zehn Folgen Sind vielleicht noch Recht Recht Verträglich Für ein Kindergemüt Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh god Oh no Dance Ah Tante Zombie mit mir Tante Zombie Die ganze Nacht Tante Zombie Ja Nie Es ist Auf jeden Fall There's a Flashlight Module Lying on the Zable Pick up the Flashlight Module How do I Flashlight Module How do I Live without you Shot the gun bullet Yes Ja bis dahin ist es Es ist Mecha Anime Mecha Anime Mit vielleicht Ein bisschen Depressiven Subplots Aber mehr nicht Oh guck mal Der Adler Das ist doch Der Chefchef Oder Replica Overview Adler Talking about Verbund Und seine Gang Administration Data Processing Logistics Replica Eagle Type Generation 5 Command Specialist Frame Biomechanical With Poliothehydro Shell And Titanium Skeleton Height 175 Centimeter An integral Part Of Every Protector Führungskommando Is the Administrator Unit The Single Adler Unit Can manage And oversee All administrative Tasks For an Attire Facility Freeing Other Operational Command Units To focus On the Direct Control Of Protector Units The Adler Is Designed To Work As Direct Counterpart To The Falchi Unit Serving As Adjutant By Taking Care Of Necessary Paperwork Calculations Dala Hey Na Schönen guten Abend Wie geht's Wie steht's Wenn das Du reinschaust Der Igel Kiel Den haben Wir Nicht Ah Wunderwaffen unserer Nation Im Kampf Gegen das Reich Falke Einheit Wie geht's Dem ambitionierten Gitaristen Und Gameplay Weil Keine Ahnung Kennt euch Eine Person Nicht Wow 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 Warst du Nee Ich hab die Gerade Unlockt Glaube ich Autsch Ah Ja Ich bin gerade Von Von Blau Auf Gelb Runter Autsch Aber wenn du mich meinst Mir geht's Echt in Ordnung Ich kann mich kaum beklagen Danke der Nachfrage Und selbst Alles fit Alles gut bei dir Ist ja auch schon Ein paar Tage Dass man dich hier gesehen hat Schön dich begrüßen zu dürfen Da oben geht's in die Schweizer Aber da unten geht's weiter Können sie mich nicht Zerkloppen Ja kein Oh Gott Bye Aber hier waren wir doch auch schon Ja Aber nur runtergeklettert Okay Wann ist die Maske checkt Das da Nee Okay was ist denn hier Da oben ist ein Management Office Da waren wir aber auch schon drin Hier Oh hier waren die Ja Hm Da ist ein Keyhole in der Painting Wie man das halt kennt Von Gemälden Dass da einfach Schlüssellöcher drin sind Ich bin testimoni Ja Nee Wo man eine Runde werden was er was Gäbis durch Ich hab' mich hin Schlaflerk macht es Sozi, danke für das Reinschauen. Halt die Ohren steif. Machen Sie gut. Schönen Tag morgen. Da geht es ja das ja zu, zu. Da ist aber auch nichts Besonderes drin. Das ist doch ein Heil. Vielleicht ist es ja mitnehmen könnten. Das ist das Poster. Dich habe ich schon mal gekillt. Wow, beim Aufstehen an den Gedachtelt. Okay. Ich dachte, ich gucke mal noch an die Kiste, ob da irgendwas drin ist. Scheint. Okay, ne, 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 ne. Bleib doch mal hier. Check meine Hilfe mal. Geht eigentlich noch. Ich kann trotzdem mal so ein Mini-Repair-Gedöns holen. Okay, gut. Oh Gott. Oh Gott. Wollt Chat lesen, du Arsch. Lass mich. Okay. Ja, ein bisschen munitionsverschwenderischer. Aber wir haben inzwischen echt schon ziemlich viele Munition für die ganzen Knarren. Von daher ist es einfach mal okay, eine Handgun ein bisschen zu verballern. Das ist okay. Ähm, genau da. Lebe von dem, was mir in die Hundehütte schmeißt. Hey, wenn das klappt, wenn das klappt, wenn du dich gut fühlst, das ist die Hauptsache. Hillary Hanger, Signale, sie jammern. Ist einfach richtig nice. Das ist richtig fucking nice. Ich mag das Game. Ich, äh... Es bricht mir fast das Herz, dass so viele Menschen das Game gar nicht kennen. Und oder nicht unbedingt damit so interagieren. Oder es selbst sogar zocken oder sowas. Oh! Oh! Wie das Herz zerdeppert quasi. Ja, aber wir können jetzt nochmal nach unten gehen. Das bringt ja auch nichts. Da kommen wir ja nur hier raus wieder, ne? Aber unten ist der dunkle Raum quasi. Wir können jetzt da quasi was machen. Hier. War das der dunkle Raum? Nee, das ist der Raum. Aber ist hier mit der Taschlampe vielleicht irgendwas anderes noch? Weil da kann mir auch nichts ändern oder so, ne? Da kannst du noch gucken. Ja. Hast du das gespielt, Hillary? Oder auch nur gesehen bisher? Ja, hier ist Licht. Hier ist jetzt Licht. Ich kann Dinge tun und sehen. Da ist... Oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott. Hi. Autsch. Das ist okay. Das ist okay, hab ich durch. Ne, ne, da, 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 da. Oh Gott, monik. Ah, lauf, 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 lauf. Ich hab keine, ich hab keine Monik mehr, ne? So gar nichts mehr im Scheiß. Äh, aber auch keiner fand, hab wirklich, lag auf Möglichkeiten, glaub ich. Ist wieder aufgestanden, na, auf. Oh, na, Scheiß. Ja, nimm. Oh Gott, ich bin tot. Bin so tot. Ich bin Omega tot. System tut schon kritisch, okay. Ja, not. Fuck this, I'm out. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Ja, okay. Äh, wait, hier wollte ich gar nicht hin. War das schon Raum? Äh, okay. Ey, ja, ich muss erst mal. Ich muss erst mal. Wieder in, äh. Das sechste Obergeschoss. Da, hier. Wo war mein? Fuck, wo war mein? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. De. Da muss ich hin. Da. Da. Ne, auch nicht. Okay, ich hab die Orientierung vielleicht ein bisschen verloren. Äh, da lang? Da lang? Ne, Quatsch, gar nicht. Wie komm ich denn in den... Oh, ich muss erst mal nach oben und dann nach links, um zu den Treppen zu kommen. Bleep, bleep. Wir senden ein Signal. Lens. Alles gut bei dir. Oh Gott. Don't kill me. Ja, ich bin ultimativ tot. Fuck. Signal ist Frau. Survive. Oh, in der Tat haben wir irgendwie überlebt bisher. Okay, wir merken uns, ich brauch glaub ich einfach großkalibrigere Waffen. Mit der Handgun. Darum, da ist ein bisschen witzlos. Wir haben ja eine Schrotze. Wir haben eine Schrotze. Wir haben genügend Heilzeug eigentlich. Nehme mal zwei von den Großen mit. Ich nehme mal... Ach du Scheiße. Glitchomat. Die Schrotze mit. Ich nehme mal die Schrotze Munition mit. Und hier... Ich kann nicht mehr mit mir rumtragen, ey. Die Herren und Damen werden sich damit auseinander gleich identifizieren können. Was meinst du? Weißt du, worum geht's? Das haben wir schon rausgefunden. Ähm... Wait. Ich hab mich ein bisschen geheilt über die Zeitmerkigkeit. Das ist ja nice. Ähm... Die Story ist jetzt nicht unbedingt so auf dem Silbertablett serviert. Wir sind aber auch noch... Oder gerade im Begriff herauszufinden, worum es geht. Ähm... Ja komm, ich mach einfach nicht. Ich speichere jetzt nicht. Ich hab einfach... Wenn ich draufgegehe, ich drauf. Dann mach ich das nochmal. Oder... Ne. Ne, komm, ich speichere. Nein. Elster steht nicht für Left Strength. Elster steht für Elster. Oder für... Ich weiß es nicht mehr. Ich geb irgendwo ein Dokument, wo drin steht, was die einzelnen Replika-Bezeichnungen heißen. Also wir sind quasi, äh... Anime-Waifu... Ähm... Nein, wir sind ein... Eine Art... Cyborg und oder... Ähm... Android... Der auf dieser Minenstation, die anscheinend von Zombies überrannt wurde... Ähm... Jemanden suchen. Und das klappt bisher nur bedingt gut. Okay. Weil wir bisher mehr von Zombies geschnetzelt werden, die ja rum... Umleben. Anscheinend... War das hier eine Kolonie, wo einfach... Robo-Menschen... Ja. Robo-Menschen. Das heißt, diese... Diese zwei Typen von... Von halb Robo oder halb Menschen oder whatever. Äh... Die heißen einmal Replicas und einmal Gestalt. Ich habe nicht ganz raus, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Aber wahrscheinlich gibt's einen. Und... Äh... Äh... Das sind einfach... Ach du Scheiße. Ja... Ach fuck. Ja, komm, geh weg. Ja... Die haben einfach gelebt. Und anscheinend ist auch so ein... Was ich... Nanomachine... Zombie-Virus ausgebrochen. Und so... Von... Von dem, was hier passiert ist. Es ist relativ analog zu solchen Zombie-Geschichten, die man halt kennt. Aber es handelt sich hier halt jeweils um... Androiden oder so. Es ist... Oh, es ist doch... Es ist so wiggelt komisch, die Grafik hier, wenn ich hier lang gehe. Sonst bei mir. Ähm... Es ist die Art von Spiel, die man jetzt nicht unbedingt erklären kann. Weißt du? Nanozommys? Ja, quasi... Nanomachines. Also, ein normaler Roboter kann ja nicht von denselben Viren betroffen werden, wie jetzt ein Mensch. Logischerweise. Deswegen ist meine Headcan in der ganzen Geschichte, dass hier ein... Auch ein Virus ausgebrochen ist, aber eher auf Nanomachinen-Basis... Als auf... Normaler... Viren-Basis. Das... Das muss nicht stimmen. Das ist nur mein... Meine... Meine persönliche... Wie ich mir das vorstelle, bisher so. Okay, kannst du... Der andere ist schon tot. Nice. Ah, okay. Was ist es hier? Das sind die Beschreibungen von einer... Stücke... Stücke... Einheit. Stork. Sicherheitstechniker. Control-Replica. Stork. Security. Technician. Controller-Replica. Stork. Type. Generation 5. Combat. Lead Unit. Frame. Biomechanical. Ja, kennen wir halt, ne? Die sind 2,40 Meter. Die Dinger. Alter Vater. Each cadre of Protector Security Technicians is overseen by a controller unit, the most common of which is the stork type. One of the tallest replica models, thanks to their extended legs, storks figuratively and literally keep a constant bird's eye view of any situation. Ready to direct and coordinate their assigned security technicians. Their tough, no-nonsense demeanor, though sometimes describes as brutal and even cruel, makes them the perfect fit as an unwavering sentinels of order. Was hab ich denn eben noch überlesen? Ähm, ah. Du hast auch gespielt in... Im zweiten Rutsch durch, okay. Äh. Man nimmt ein Task voll. Man nimmt ein Task voll? Man nimmt ein Task voll. Oh, fuck. Äh, ja, ich kann aber auch noch so ein Repair-Spray einfach benutzen, ey, ne? Das hat irgendwie nichts gemacht. Okay. Manchmal verstehe ich nicht ganz, wie das Heiltzeug funktioniert, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm. Ja. Das ist unsere dritte Session gerade, aber ich sag mal, on-stream braucht man eh meistens länger für die Games. Ah, fuck. Du hast noch ein Heil-Ding. Ah, hier liegt ja viel Zeug rum, ey. Das ist schlicht. Ich hätte das gerne alles. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal... Nochmal, 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 nochmal unser Mental leer räumen und dann nochmal herkommen, weil das ist schon ein guter Shit. Hätte ich ganz gerne. Hab ich eben noch gelesen. Wo man tatsächlich mehr solche Games wünschen als alles andere Neue, was da kommt. So rein wegen der Nostalgie. Ich meine, wenn du nostalgisch angedauchte Horror-Games oder so weiter willst, da lebst du gerade in einem perfekten Zeitraum, ey. Ähm. In der Indie-Szene wirst du buchstäblich zugeschissen mit dem Zeug. Hi. Bye. Und ich liebe es. Oh Gott. Ich meine, wenn du speziell sowas wie Resident Evil oder so suchst, ne. Hi. Hi. Nice. Kann ich dir Tormented Souls ans Herz legen. Das ist jetzt auch von der Grafik her ein bisschen hochwertiger als es hier, ne. Da geht's... Die Nostalgie vielleicht so ganz leiblichen Flöten, aber, äh... Von dem Feeling her, es ist genau wie Resident Evil quasi. Äh... Oder... Hm. Ich und Namen, ne. Aber nee, so... So Retro-Style... PS1-Style Retro-Games findest du inzwischen wie... Wie Sand am Meer. Like da... Kann man sich als Fan dieses Genres halt echt nicht beschweren. Ah doch, ich hab mich jetzt voll geheilt. Okay. Es hat doch was gebracht, das ich die eben genommen hab. Ich, äh... Bin jetzt mal so riskant und leg das... Andere Heils-Spray auch mal weg. Und... Geh mal wieder runter. Ja, ich wollte nicht aufhören. Ja, kann ich verstehen. Es ist, äh... Streaming-technisch auch immer ein bisschen schwierig, sich da am Riemen zu reißen. Aber eigentlich will ich ja in die... Ja, ich will ja schon in die... In die 8 rein, ne. Und mit hab ich bei Atari aufgewachsen. Oh. Kennst du Faith? Nicht den George-Michaels-Song, das Videospiel. Oh, hi. Ähm... Okay, fahrrad. Das ist nämlich genau das. Faith ist... Ein... Atari-Style... Horror-Game. Das aber quasi nach... Moderneren-Regeln-Spiels. Und das ist echt gut. Ich hab's jetzt auch kürzlich, äh... Durchgespielt. Das sind quasi drei Kapitel. Ähm... Die ersten beiden sind recht kurz. Das waren auch mal Games, die so for free released wurden, glaube ich. Zumindest das allererste. Und Faith Chapter 3... Äh... Ist halt ein längeres Game in der Tat. Was ist länger? Das war auch in drei Stunden durch, glaube ich. Oder vier. Ähm... Aber mit allen... Ja, mit allen Enden, die man vielleicht dafür noch freischalten kann. Und Bonus-Content. Ist es schon... Ist es schon abendfüllend. Und, äh... Kann es auf jeden Fall ans Herz legen. Also Faith kriegt mein persönliches... Seal of Approval. Ist ein gutes Game. Guck mal, die Tür ist ja gar nicht eingezeichnet. Hier ist eine Tür. Auf der Karte gibt's die gar nicht. Ist ja interessant. Okay. Ganz. Okay. So, aber hier ist jetzt zu Bücherei. Library Key. Ja, okay. Da unten ist der Briefing Room. Gut, dann haben wir in der Tat aber auch diesen Raum. Also, was sagt man da? Demunition. Und die Sohn sagt, wir haben noch neun Schu... Ne? Noch sieben Schuss. Du warst dem Zeitpunkt erst vier. Achso, okay. Gut, wenn du sagst, ich bin damit aufgewachsen, dann... Dann, äh... Okay. Dann doch eher so NES wahrscheinlich. Oder Early PC. Shuttergate Handle. Okay. Aber ich kann da durch. Aber ich kann da durch. Oh, das ist unten noch mehr. Mario 64... Gut, das ist ja schon... Das ist schon eine gute... Eine gute Weile älter dann. Ich meine, Mario 64 ist auch so... Das ist ja fast schon... Fast schon nach meiner Zeit. Also, ich hab auch Mario 64 gespielt, aber... Vorher auch schon... NES ein bisschen... SNES. Ja, zumindest einen Zettel, den ich gerne hätte. Was? Oh, komm schon! What the fuck? Ziel doch mal bitte dahin, wo ich hin... Fick dich. Tu sau dumme Kuh, ey. Da, da, da. Die ist vor dir, Tante. Ah! Ah, es hat wehgetan, was da... Ah! Das hat böse wehgetan. Ja, fuck it, hey. Komm, nächstes Heilspray reingeballert! Und wofür? Für ein Textdokument. Ja, nice. Aber das ist so... Dieser... Miner... 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 ist dieser... gigantische... Kampfroboter... Dieser Big Daddy fast schon... Ähm... Gegen den wir... Äh... Kürze gekämpft haben. Wo findet man... Das hier? Steam. Eigentlich find's ja alles auf Steam immer. Sowohl... Sowohl... Ähm... Solaris... Signales, sorry. Signales als auch Faith. Als auch die meisten anderen so Horror Games. Retro-Style find's eigentlich immer auf Steam. Classified... Commander... Eyes only. Previous experience with these replica models have given us insight into irregularities in their behavior that stem from the original neural patterns used for these units. Due to the sensitive nature of this information, this document should be destroyed after reading. This neural pattern is extremely stable. Little has to be done to keep Miners happy. They get along well with other models thanks to their sometimes submissive, sometimes motherly personality. Unlike other models, diary keeping is not mandatory for persona stabilization. Small stuffed animals may be given as fetish objects, though those resembling cats should be avoided, as they might cause resurfacing gestalt memories. What? Okay. Okay. Units best when left alone do not mix well with their own type. They will usually become very emotional and dependent on their commander. Adlers are very susceptible to bioresonance suggestion, making them fairly easy to control. However, they become bored and very easy, become bored very easy and may need new fetish objects and regular intervals for stabilization. Obligation. Obligation. Aber das heißt, dieser, dieser erste, der Myra, Mülmülmülkeste, äh, Kampfroboter, wenn die sagen, dass es die Gestalt... Ach du Schein, ja, ach du Schein, ja, ja, fah, ja, natürlich, Spoiler-Fahrjinn mir, du Arsch. gut folge würde ich sagen dass eine gestalt quasi in den mail integriert wurde man sieht ja quasi schon dieses gesicht in dem riesen kampfroboter ich weiß nicht ich bin nicht ganz durch wie die ganzen roboter da ineinander greifen führungskommando einheit replika operation control operation command control unit replika falcon generation six bla 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 2.50 for commander size only classified information the protectorführungskommando commander the head of each aeon's facility protector force is a powerful prototype bioresonant falke units an authority that might never be questioned a falke unit serves not as a commander to the protectors but as a nearly god-like being a perception that is underlined by the tall builds and resemblance of our nation's leaders the great revolutionary antidotal okay is also aided by her powerful prototype bio resonance module which not only allows her to bend the will of weaker minds and fathom their intentions and emotions but also grants her the ability to manipulate objects from a distance ok nope nonono kludent ok wer zum fick ist das? erst looten ganz wichtig ganz wichtig erst looten dann gucken erst looten dann gucken die Falke's Diary I am no longer fully myself, but I have not fully become someone else either. I'm stuck here, between her and me, with half-formed dreams and recollections, penetrating my brain and tainting my every action. I am stuck here, between her and me, with half-formed dreams and recollections, penetrating my brain and tainting my every action. Who is she? Who is that white-haired girl? Why do I long to see her again? Why would she curse me like that? White-haired girl, eh? No space. No space, okay. Können wir space machen, irgendwie. Äh, wahrscheinlich nicht einfach so, ne. Hi. What? Oh, die hält was fest. A heavy box, fashioned to look like an owl. Oh, ja, sieht, ja, wie eine Eule ein bisschen. There are small holes on the top, looking like a speaker. Or a microphone. Ähm... Ähm... Wollte ich da rumgucken? Naja, irgendwie... Naja, irgendwie... Wollte ich jetzt einen Slot plötzlich frei machen, wenn wir ihn sah? Das war doch eben nicht der Fall. Ich hab nachgeladen, ich Idiot, ja. Ich hab grad ganz gut irritiert, ey. Weil ich der feste Überzeugung war, dass ich mehr Munition hab, als ich in mein Magazin reinpacken kann. Aber der war anscheinend nicht so. Okay, aber es sind noch zwei Sachen hier. Und ich kann... Und ich kann... Auf jeden Fall... Mal nochmal easy hier durch. Und die Metall leer räumen und das auch noch holen. Weil das wär schon wahrscheinlich recht wichtig. Aber ist halt das nächste... Nächste Inventarkiste, so weit weg, ey. Aber ich kann ja trotzdem... Nee, der nächste ist auf jeden Fall auf der Ebene 5. Sieben... Sechs... Fünf... Ja, hier ist die nächste. Also ich müsste oder so quasi... Zudem... Treppenlift erst wieder. Hallo, bitte liegenbleiben. Dankeschön. Wir haben noch einen Schlüsselgegenstand. Wir haben jetzt die... Oh, bitte liegenbleiben. Bitte liegenbleiben. Ich könnte meine... Die Phosphorfackeln mal mitnehmen, um die ganzen Leichen zu verbrennen. Habe ich auch noch nicht so gemacht. Weil inzwischen schon recht viele von denen wieder aufgestanden sind. Und mir dann angefangen haben, Schaden zu machen. Was natürlich im Idealfall zu vermeiden ist. So, die... Packe ich einfach da rein. Die Revolver-Ambonee packe ich da rein. Die Pistole packe ich da rein. Das heilt euch auch einfach mal. Ich habe ja relativ viel HP, glaube ich, jetzt. Vielleicht auch nicht. Habe ich noch Schrotze-Money, Pistole, Revolver, Shotgun, Jammern. Und ich könnte noch so eine... Vermite-Flair mitnehmen. Und damit einfach so ein paar Leichen aus dem Weg räumen. Wobei ich halt nicht weiß, wie oft ich noch hier durch muss. Aber on the other hand, like... Was soll ich sonst damit machen, ne? Also nochmal. Also nochmal. Runter in die... Acht. Sechs, sieben, acht. So. Ich könnte jetzt halt... Also ich könnte hier mal... Einfach mal anzünden. Fuck it. Okay, so geht das. Okay, dann mache ich hier wahrscheinlich... Okay. Und die soll jetzt auch tot bleiben, wahrscheinlich. Im Idealfall. Okay. Weil hier muss ich gefühlt noch zwölfmal durch. So, aber hier... Weil hier ist immer ein dunkler Raum noch. Können wir auch gerade mal rein. Ach, Quatsch. Ja... Ne, waren wir schon drin. Ne, Moment. Hier waren wir schon drin. Habe ich auch gelesen, dass da... Genau, das war die Adlererklärung. Ja, haben wir. Okay. Da oben... Genau, hier war der große Minenaufzug. Genau. Sind wir auch fertig. Dann können wir jetzt nochmal nach unten. Hier muss ich auch nochmal vorbei, ey. Jupp, okay. Moment. Nope. Fuck this. Fuck this shit. I'm out. So, aber ne. Das war. Genau, hier war der Raum mit den... Hier war ich fertig. Muss hier rüber. No, nope. Du bleibst schon da, wo du bist, Buddy. So. Ein Heil. Ein Stunbrot. So, und du hast immer noch deine... Like, was mache ich denn damit? Also, müsste ich irgendwas... Speaker or a microphone? Speaker or a microphone? Ich hab nix wirklich gefunden bisher. Ich erinnere mich zumindest an nix, was irgendwie so damit kompatibel ist. Mit einem Lautsprecher oder einem Mikrofon. Zumindest erinnere ich mich an nix. Aber das müsste doch vielleicht nur irgendwie lostreten, dass es irgendwas sagt oder so. Nimm mal einen Knopf dran. Drück die Nase. Drück die Augen. Drück das Ding da oben. Drück die Alte auf den Arm. Ne. Das in 8-Bit wäre grandios. Ach, ich find das schon... Ich find das so, wie es ist. Eigentlich ziemlich genial. Ähm... Gut. So. Star Map. Blablabla Map. So, nach unten geht's ja nicht, ne? Oder? Genau. Aber nach oben geht's dann. Da war... Genau, da geht's auch nicht weiter. Jetzt hab ich halt diesen Hebel... Oh, Gott. Ähm... Diesen Hebel... Neu. Das passiert das Spiel, ne? Oder? Okay. Aber ich komm jetzt hier rein. Aber hab ich nicht dabei. Kannst du liegen bleiben, Buddy? Könntest du einfach mal... Warte mal. Warte mal. Könntest du einfach mal gerade... Oh, Mann. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Okay. Ja, ein bisschen verschwenderisch. Aber hey, was soll's. Ist es halt so... Gut. So. Jetzt brauch ich hierfür halt die Kurbelie. Schmuggel. Mhm. Die Kurbelie, die ich gerade nicht dabei hab. I have... Du siehst mich. Oh, fuck, du siehst mich. Hi. Hi. Come. Wo ist das? Ah, da... Fuck. Kugels, ne? Moi, wai. Stop. Hi. Ne. Aha. Ausgetrickst. So. Wieder eventuell herräumen. Shotgun haben wir noch. Stanford kann man hier reinpacken. Ups, jetzt hab ich Schrotze weggelegt. Das wollte ich nicht. Und, äh... Ich hab noch 17 Schuss für die Handgun, Revolver, jede Menge. Und die Kurbelie. Und das da brauchen wir nicht. Das Licht brauchen wir vielleicht. Und die Kurbel. Und dann haben wir noch zwei Slots, zurecht es passt. Es gibt immer noch mindestens ein Raum, wo ich noch hin kann. Von dem ich weiß, wo... Vielleicht geh ich mal wieder so nach und nach die Etagen jetzt von oben nach unten durch. Weil in den 6 war, glaub ich, noch ein Raum, wo ich hin kann. Wo dunkel ist, genau. Wenn ich jetzt hier nämlich durchgehe... Ist hier irgendwas hinten dran? Ne, ist es nicht. Äh, wenn ich hier durchgehe... Und hier kein Feind ist, was es auch nicht ist. Dann erköp' ich trotzdem meine Schrotze, weil ich es kann. Und trotzdem mein... Licht, weil ich es kann. Dann laufen nach unten jede Menge Arschis rum, okay. Geh mal weg, Buddy. Ja. Oh Gott. Äh, kannst du? Fällt einfach... Da war's Zielen. Okay. Jetzt. Man hat immer nach Zielen einfach so. Nö. Nö. Nö, ich mag nicht. Okay. Auto-Injector. Ja, okay. Instantly restores a large amount of health. Ja, fuck it. Achso. Äh, warum hab ich grad Heilung und Schaden bekommen? Achso. Arsch. Arsch. Das ist doch ein kleines Heal. Hat das dann Schaden gemacht? Nö, eigentlich fast nix. Ich hab's mit, äh, Maus, Maus, Keyboard gespielt. Controller war mir zu wobbly. Ich bin halt gewohnt, so Silent Hill-Style, Resident Evil-Style-Games mit Controller zu spielen. Ging eigentlich nice. Also, es ist halt so der, so, so, ups, ne, so, dieser, dieser hier. Der ist manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen, wehrt der sich. Aber, ich sag auch so, ne. The fuck? Tasse? Oh, it has a tape. Okay. Ich sag mal so, Weapon Case. Ich sag mal so, zum zwölften Mal jetzt. Horror Survival Games, die müssten sich nicht immer perfekt steuern lassen. Das ist ja fast Teil des Charmes, ein bisschen clunky zu sein. Und, äh, sich steuerungstechnisch... Oh Gott, ja, Licht war an. Licht war an, I'm sorry. Sich ein bisschen schwer steuern zu lassen. Und combatechnisch nicht ganz, äh, dem Spieler so alle Freiheiten zu lassen, die man schlechte wünscht. Und das ist okay. Das ist okay. Das, das leere, dass das Mangelinventar ist, ein bisschen anstrengend, muss ich gerade sagen. Dass du immer nur ohne, ohne jetzt übermäßig große Erklärung quasi immer nur sechs Gegenstände dabei haben kannst. Das ist ein bisschen schwierig. Aber gut. Them's do be the rules. Und wenn die Rules das sagen, dann ist es halt so. Um Gottes Willen. Bye. Goodbye. Die Erklärung. Ja, toll. Die ist so sehr an den Fingern herbeigezogen, die kann ich nicht ernst nehmen. Wie, warte mal. Ich hebe erst mal Star auf. Au, das ist der Revolver wahrscheinlich, oder? Picked up weapon case. Oh, da brauche ich aber ein Key dafür wahrscheinlich, ne? Inspects. Badadadadadadab. Einhornhunter is locked with a small padlock. Oh, padlock nur. Can't use it here. Inspects. Ich kann auch mit dem pad, also das ist aber ein Schlüssel padlock. Das ist kein Nummern. Okay, klar. Da haben wir aber schon einige auf die Datid mehr gegeben. Und die meinten, der wird uns eventuell was haben. Ja, um Gottes Willen. Like. Salz. Keine Ahnung. Ist. Das klingt jetzt schizophren, aber es ist fast gut, dass mich das stört. Aber, oh god, fuck jetzt Licht. Ja, sorry. Es ist ein bisschen, genau, es ist ein bisschen Busywork. Und das die Tatsache, ständig irgendwo cooles Zeug aufzusammeln und das zurück in meine Kiste zu bringen. In meine Zuhause-Kiste. Es ist fast schon auf eine gewisse Art und Weise befriedigend. So, hier ist mein Stash an coolen Dingen, die ich gefunden habe. Cool, oder? So nach dem Motto. Und ja, es ist halt bei einem mehr gestreamlinenden Game wird das vielleicht störend. Es ist vielleicht auch störend. Aber ich mag's ich, äh, ich äh, ich mag's irgendwie. Ich hab kein Mini-Schlüssel gefunden bisher. Welch bekomm ich ihn noch? Ich nehm' mal noch jetzt, äh, die zwei Shotgun- Ach nee, Shotgun-Rounds und die Kurbel mit. Mal speichern. Und dann müssen wir's aber auf der Ebene sechs eigentlich alles haben, glaube ich. Äh, ja. Hopp, falsch. Karte. So. Na, da war man gerade drin. Ob man in der Shooting-Range da was machen kann, oder drauf schießen kann, ist das die andere Frage, ob es irgendwas bringt. Kann gut sein. Das wollte man nach Schrotz jetzt nicht ausprobieren. Äh, bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Warum war man da nicht drin? Und... Dann jetzt halt da hin. Gut, gehen wir mal grad nochmal in die sieben rein. Und dazu gucken... Ach du Scheiße. Hi. Du musst irgendwie dran vorbei an dir, ne, Buddy? Ich muss da an die Tür da unten ran. Chef-Fan. Nein. Okay. Aber guck mal, hier ist doch die Kurbel. Ich kann das die Kurbel schon mal abgeben. What? Nee, kann ich nicht. Oh. Oh. Okay, so. Ich muss schon mal reingucken. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, vergiss das. Ich bin schon wieder da. Wie ihr, du hörst heute auf zu streamen? Ja. Bald. Sehr bald. Gab Warzone, aber halt nur der Hand genommen und rumgeweilert. Okay. So kann man seinen Arm auch verbringen. So kann man seinen Arm auch verbringen. Und noch mal alle, die gerade frisch mit rübergekommen sind. Hi, dass ihr hier seid. Mein Name ist Winter. Wer mich noch nicht kennt. Herr der mittelmäßigen Indie-Games. Lord über Indie-Horror, Trash und allgemeiner Souls-Fanatiker. Macht euch bequem. Genießt die Show und schlaft nicht ein oder schlaft ein. Je nachdem, ob ihr wollt oder nicht. nicht rumgeballert, rumgealbert. Ist doch dasselbe, oder? Ja, hier. Lesen ist nicht so unbedingt jetzt mein mein Haupt meine große Stärke. Ich fand's witzig, als Winter im ersten Run Elster als Last Moment, ich muss dazu sagen, am allerersten Run, als wir die Demo gespielt haben, da hab ich das zusammen gefriemelt, die Informationen. Beim zweiten Mal irgendwie nicht mehr. Guck, mein Hirn ist einfach Brei. Ihr könnt euch gerne darüber amüsieren, aber manchmal gebe ich mir ein bisschen Mühe. Aber meistens geht's noch hinten los. So. Colibri in the Management Office. One of the Colibris has Holt herself in the Management Office on the seventh floor. I've seen her and her illusion sitting inside the room crying. Which is the real one. Oh, das haben wir schon gemacht. Das da. I think it's because that painting in there. Whenever I was close to her, I feel like my mind is being assaulted by the image of that island. The sensation was strong enough to make me hurl. Is there a way to neutralize the transmission? Maybe some sort of feedback loop of the frequency of a control signal? Ich hab auf die drauf geschossen. Das hat ganz gut funktioniert. Oh, ist das noch so? Oh. Muss jetzt aber viel Spaß noch und lass dich von Tütt nicht ärgern. Ja, der Zug ist abgefahren. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Danke für den Raid. Schlaf gut. Morgen eine entspannte Schicht, soweit das geht. Und nochmal vielen lieben Dank des Menschen vorbeibringen. Ich mag das Teil des Enterpainments. I know. I know. Das mach ich natürlich alles mit voller Absicht. Ja. Okay. Beide Oh Gott, das wollte ich nicht. Beide ins hinweg geschrotet. Da wollte ich hin. Karte, bitte. So, nochmal in den in den Raum. Nochmal da hin. Und mal gucken, ob wir jetzt vielleicht mit Hunter's Key. Owl Key. Haben wir so viele neue Dinge. Island Key, weil ich wo der hingehört. Owl Key, weil ich auch wo der hingehört. Pistol Ammo. Weiß ich auch, wo die hingehört. Und zwar in die Kiste. Können wir jetzt? Ist das, ist das, ist das, ist das das hier? Ist das Dingens Gedönsens? Ne? Ohi, das ist der Falsche. Den meint ich eigentlich. Ja, Mann. Le Revoir. Le Revoir. Short-Barreled Double Action Six-Shot Revolver that fires 12 mm High-Powered Ammo. High-Recoil. Strong Knockback. Mmh, Knockback. Herrlich, ja. Revolvie. Ab in die Kiste und wird niemals benutzt. das Paradoxum gute, starke Waffen in Horror Survival Games. Ich gucke mal noch, wo der Eulenschlüssel jetzt hinführt. Das würde mich schon mal interessieren. Und den anderen, was das da Ding tut, schauen wir dann das nächste Mal. So, ein Owl-Key-Tür war, ups, die war, die hier, oder? Ich glaube, das war die. Ne, nicht die. Ne, 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 ne. Oder? Maybe. Eine von denen wahrscheinlich. Wir haben die Hand gar nicht gekippt. Das heißt, äh, ihr, hm. Bleibt da liegen, ja. Nice. Äh, acht, ne. Büchnerrei. Da muss es der, ne, kann ja auch nicht sein, oder? Jungs, Kommando, ist da auf dem Teil. Oh, fuck, okay, ja, Scheiß. War's doch nicht der. Der ist es nicht, der ist es nicht. Ah, da oben, ah, ne, Adlerraum. Ne, der war's nicht, der, der war's auch nicht. hier brauche ich den Adler-Schlüssel. Das ist der Library-Schlüssel. Ja. Hä? War falsch. So, hier ist nichts mehr zu öffnen. Work, was vielleicht, doch auf der 6. dann? Ja, das kann gut sein. Ich muss doch in die andere Richtung. 3. Ach, du Schande. Äh, nope. Existiere nichts. Okay. Existiere anscheinend echt nicht. Workshop-Key. Ja, 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 chill, buddy. Er ist im Griff. Da, hier. Ja, man. Meine AP sind gar nicht mal so happy, ne? Die Einladen. Sus, ja, Sus ist es auch. Aber auch Einladen. Standbrot. Der Fug ist es. Eulen-Lieder. What the fuck? Pick up broken music cassettes. Ah. A portable audio tape player with a knife embedded speaker. Oh, war das der? Oh, war das der? Der Nachbar, der ich aufgeregt habe, dass der eine Eulerich immer dies, oder der eine, äh, was ne, der eine Replica halt immer die gleiche Musik gespielt hat den ganzen Tag. Alles klar, den selben Tag nochmal. Und los. Da komm, Mini-Heil ist in Ordnung. Die Mini-Heiler brauchen wir eh für nix, so wirklich. Wobei, ich könnte mal versuchen, zwei Mini-Heil-Pakete zu kombinieren, ob da was Besseres bei rumkommt. Resident Evil Style. Und das Ding kommen wir jetzt wahrscheinlich in die, äh, in die Eulentante, die, ähm, in dem Krankenhaus da liegt. Krankenhaus, ne, an dem Bett da halt, ne, Ein Discman, das ist oldschool. Fucking, dass du Discmans noch kennst. Wobei doch, Discmans waren mit, ne, stimmt, die sind gar nicht so alt. Walkmans sind älter. Äh, nö. Ist ja hier, ne, genau. Wie kommt es eigentlich dazu, auf Englisch spielt es, zu Übungstrainingszwecken? Ne, weil, die meisten Videospiele auf Deutsch einfach richtig, richtig mies übersetzt sind. Hi. O-Ton. Mit den Texten, das ist ein deutsches Spiel. Sicher? Da kommen wir aus Hamburg, okay. Well. Dann hat es immer noch einen zweiten guten Grund, denn, äh, die Kombination aus Englisch und Deutsch macht es sehr amüsant. Ah. Aber ist die jetzt kaput? Ja. Oh. Ah, wait. I'm an idiot. Aber ich spiele alles auf Englisch. Das ist einfach die goldene Regel. Das wäre vielleicht die einfache Antwort gewesen. Ich spiele eigentlich alles auf Englisch. Ich kann die deutsche Sprache meistens nicht ernst nehmen. Wenn es um Kunst geht. Okay, bye. Oh Gott. Autsch, okay. Autsch, 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 Autsch. Ja gut, ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Ein bisschen viel Schaden bekommen. Ich muss eigentlich an die Kiste nochmal ran. Wie komme ich da am einfachsten? An die Kiste wieder ran. Ich bin jetzt in der 6. Ach, ich müsste in die 8, oder? Ach, gut, der mit. Piano Room, genau. Das ist die 7. Ich müsste nur eins nach unten, theoretisch. Fuck. Oder eins nach? Ja, eins nach unten. Die beiden hätte ich vielleicht auch mal erschießen können. Ey. Aber der Tor ist, glaube ich, auch abgefahren. Oder? Nee, an dem komme ich nicht vorbei. Das heißt... Fick dich! Okay, der war schon tot. Na gut, trotzdem. Liegt ein Feind auf dem Boden. Ich will draufkloppen. Was machst du? Gehst du durch die Tür durch? Ich raste aus. Okay, ich sag mal so, die Tatsache, dass das Spiel in Deutschland programmiert wurde, setzt den ganzen Inhalt des Games auf einen ganz anderen Kontext. Ich sag mal, als Nicht-Deutscher die deutsche Kultur oder die deutsche Sprache auch so vielleicht so zu zelebrieren. Das ist wirklich so ein... Und auch die ganzen Deutschland-Flaggen und so weiter in dem Game. Als Außenstehender wäre das halt interessant. Im Sinne von... Die Kombination aus Anime und deutscher Kultur ist ja ohnehin was, was in der Anime-Szene oder in der japanischen Szene halt sehr... Gang und gäbe es... Ähm... Wenn das Ganze von einem deutschen Entwickler gemacht wurde, ist es natürlich ein bisschen... Hm... Hm... Muss man anfangen, Fragen zu stellen. Genau. Das, äh... Hm... Weiß nicht, wie ich mir da aber jetzt kühlen soll. Das ist doch so... So krassen deutschen Flair hat das Game. Kann ich denn... Warte mal. Kann ich denn aus Spaß... Die beiden... Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht kombinieren, die beiden miteinander. Okay. Ähm... Dann kann ich auch benutzen, ne? Und das nehme ich auch noch mit. Da, da, da. Und dann renne ich nochmal da hin. Oh, es ist 2 Uhr. Okay, noch mal. Ich geh ins Bett. Wird das gerne auch gemacht, aber es ist schon wieder 2 Uhr. Okay, noch mal. Ja, noch mal. Wurz ins Bett. Fucking Christ. Ah. Ich... Ah, ich mag das Game so sehr. Und ich würde es gern... länger spielen. Aber fuck, ich hab letztens ein paar Nächte schon echt nicht gut geschlafen. Von daher... Ist nun Zeit auf das Bett.